jo leute herzlich willkommen zu einem neuen video und heute ist es auch mal wieder an der zeit für einen neuen river vlog ich bin heute im ausland in frankreich um genau zu sein an einem fluss den ich bisher noch nicht beangelt habe in zentral frankreich gelegen und es sieht ziemlich geil aus ich bin mit einem sprinter unterwegs und bin hier gerade angekommen der fluss hat so eine breite von 40 metern hat extrem wenig strömung also im vergleich zu dem fluss was wir zu hause vorfinden ist es eigentlich kein fluss sondern eher ein see aber ein bisschen strömung ist trotzdem vorhanden wir sind aber gerade auch oberhalb von dem wehr heißt das ganze ist hier ein bisschen aufgestaut ich weiß gar nichts über den fischbestand ich weiß auf jeden fall dass es karpfen geben müsste weil hier auf dem weg entlang wo wir an den platz gefahren sind waren schon zwei karpfen gesessen und ja die würden sich natürlich nicht ersetzen wenn es hier keine karpfen gäbe vermute ich zumindest außer die haben auch keine ahnung so wie ich und probieren es auch das erste mal aber das glaube ich eher nicht und ja so weit so gut ich lege jetzt erstmal meine ruten raus hier darf man mit drei ruten fischen also eine mehr wie zu hause wir zwei hier auf der eigenen uferkante ablegen und eine auf der anderen seite weil ich sitze hier genau vor einem altarm da kann man selbst nicht rein angeln weil das ist zu gespannt mit schnüren beziehungsweise mit zum absperrseil dass man eben nicht rein angelt aber ich vermute natürlich dass die fische da auch sich aufhalten und dementsprechend fisch ich kurz davor werde natürlich gut die rute festbinden dass die fische da nicht rein ziehen zur not darf man hier auch das boot verwenden das ist ziemlich geil ich werde jetzt aber erstmal aufs boot verzichten um die ruten zu legen um einfach wenig unruhe im gewässer zu erzeugen und ja schauen wir mal was hier so rum schwimmt vielleicht beißt auch ein wälz das wäre natürlich top würde ich auch gerne mal wieder einfangen extra ein paar pellets dabei werde auf der einen rute auch ein bisschen mehr pellets füttern das vielleicht in der nacht ein wälz rausläuft aber jetzt schauen wir erstmal jetzt montiere ich erstmal die ruten und dann geht es auch direkt los ein Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.